Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich bin froh, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich weiß, normalerweise versuchen wir unsere Bildschirmzeit so niedrig wie möglich zu halten, aber es gibt ja auch einige coole Apps und coole Möglichkeiten, wie wir unser Handy produktiv und gut nutzen können. Und einige, die wir selbst, möchte ich euch heute mal vorstellen. Also so Apps zum Lernen und zur Organisation für die Schule oder auch für das Studium, je nachdem. Viel Spaß beim Video. Von wir anfangen hier aber noch kurz das Shoutout of the Day. Vielen Dank für deine Unterstützung. Falls du auch im nächsten Video begrüßt werden möchtest, kannst du einfach ein Screenshot von diesem Video hier machen und das bei Instagram posten und mich verlinken. Und vielleicht wirst du im nächsten Video dann hier gegrüßt. Aber jetzt viel Spaß beim Video. Let's go! Die aller erste App, die ich euch vorstellen möchte, ist SmartCard. Und das ist eine Vokabellern-App, aber keine normale Vokabellern-App, sondern du kannst es mit SmartCard Space Repetition annehmen. Denn es gibt so eine Art Vergessenskurve. Das heißt, wenn wir ein Wort lernen, ein Vokabellern, werden wir sie irgendwann wieder vergessen. Und dafür gibt es dieses Space Repetition System, das sozusagen im Wiederholungssystem, was dir hilft, ein Wort nicht zu vergessen, da du es immer, bevor du es vergisst, wieder wiederholst. Und deswegen vergisst du es nicht. Und dafür ist dieses Space Repetition System da. Das heißt, dass dir die App SmartCards genau die Wörter anzeigt, die du lernen musst, um sie nicht zu vergessen. Und SmartCards rechnet das mit dem Algorithmus so schlau aus, dass du diese Wörter nicht vergisst, die du lernen musst. Ich war eigentlich immer ein Riesenfan von Quizlet, aber ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich zu viele Wörter drin habe, also in einem Set irgendwie so 100 Wörter, dass es für mich unmöglich ist, alles jeden Tag zu wiederholen. Und da muss ich einfach gucken, was hat Priorität und welche Wörter muss ich lernen. Und mit SmartCards kann ich das einfach machen, weil SmartCards mit dem Algorithmus so ausreicht, dass ich immer die Wörter lernen kann oder lernen muss oder vorgeschlagenen komme, die ich wirklich an diesem Tag lernen muss. Und das finde ich einfach so cool. Und ich stehe da übrigens auf Zehenspitzen, weil ich so klein bin und es ist richtig anstrengend. Oh mein Gott. Okay, lasst uns runtergehen. So, die zweite App ist Photomath. Und zwar diese App hier oben, falls ihr sie sehen könnt. Und diese App ist dazu da, dass sie eigentlich Matheaufgaben löst. Das heißt, wenn du eine Matheaufgabe hast und die sozusagen hier stehen hast auf deinem Blatt, kannst du das einfach scannen und dann löst diese App diese Aufgabe für dich. Ich möchte dabei überhaupt nicht sagen, dass ihr diese App irgendwie eure Hausaufgaben machen lassen sollt oder so. Ich möchte nur sagen, falls ihr eine Aufgabe habt und ich wisst, wie die löst, könnt ihr das dort einscannen. Denn diese App hilft euch auch, den Rechenweg herauszufinden. Ich hatte das mal, da hatte ich homeschooling, kam das überhaupt nicht verstanden, wie man das macht. Dann habe ich das eingescannt und dann wurde mir der Rechenweg erklärt. Und das ist halt die Sache, weil ich das benutzen würde und nicht unbedingt nur, um die Aufgaben zu lösen, sondern wirklich, um den Rechenweg herauszufinden. Da das ist die Sache, die ich total cool finde. Also, dass der Rechenweg dir angezeigt wird und du herausfinden kannst, wie du das sonst hättest rechnen müssen. Und das ist auch so der Skill, für den ich die App benutze. Also, normalerweise kannst du das jetzt hier einscannen, so. Aber, ja. Hi. Und es gibt auch hier so eine Rechenfunktion, dass du einfach so ein Taschenrechen hast und eine Wurzel und so weiter alles benutzen kannst. Und falls dir dieses Video bis hierhin gefällt, kannst du meinen Kanal sehr, sehr gerne abonnieren. Dann auf meinem Kanal kommt jeden Donnerstag und Sonntag. Also, das ist immer die Woche ein Video online zu genau diesen Themen, die ich auch hier anspreche. Also, Produktivität, Organisation, Schule, Lernen und so weiter. Also, abonnieren gerne, um nichts weiteres zu verpassen. Die dritte App ist Notion. Und mit Notion kannst du wirklich alles machen. Also, Notion ist eigentlich eine meiste Lieblings-Apps, der man wirklich alles machen kann. Du kannst Notizen machen, deine Tests planen. Du kannst deine Noten da eintragen und ausrechnen. Du kannst da Fotos drin aufbewahren und so weiter. Und ich mache auch nächstes Video... Ja, genau. Und ich mache auch nächste Woche ein Video zum Thema Notion und Schule und Notion und Arbeit zusammen. Wie man das Ganze für die Schule nutzen kann. Aber ich habe schon mal ein Video gemacht zu meinem Leben und Notion. Also, wie ich meinen Notion-Teller für mein Leben benutze. Wie ich alles in meinem Leben eigentlich in Notion plane. Und das kannst du dir gerne mal hier angucken. Ansonsten warte gerne bis nächste Woche, bis du dann mein Schul-Notion-Video siehst. Aber jetzt schon mal ein kleiner Eindruck. Man kann wirklich eigentlich alles mit Notion machen. Dann eine App, die die meisten von uns bestimmt haben, aber nicht regelmäßig benutzen, ist die Reminders-App. Also sozusagen, ich weiß nicht ganz genau, wie es bei Android ist. Aber bei iPhone gibt es diese Reminders-Erinnerung-App, wo du sozusagen To-Do-Listen schreiben kannst. Aber ich persönlich benutze es gar nicht für To-Do-Listen, sondern für andere Dinge. Denn falls ihr mal mal so meinen Phone-Tag gesehen habt, wisst ihr, dass ich auf meiner allerersten Seite bei meinem Handy diese Seite hier habe. Ähm, wow. Dann habe ich hier oben eine To-Do-Liste, was keine To-Do-Liste ist, sondern ein Vision Board, beziehungsweise so ein kleines Inspirations-Board mit Sprüchen, die mich inspirieren. Und das Ganze könnt ihr auch für eure Schule benutzen. Beispielsweise, falls ihr irgendwelche Dinge auswendig lernen müsst, könnt ihr diese Sachen einfach da oben hinschreiben oder Vokabeln hinschreiben. Ihr müsst einfach in eure Erinnerung-App reingehen und eine To-Do-Liste erstellen, beziehungsweise falls ihr es noch habt, noch besser. Und dann könnt ihr einfach verschiedene Dinge zufügen. Machen wir jetzt einfach mal Hallo. Tut mir mal so, als wäre das irgendwas Sinnvolles. Und dann fügt ihr das zu eurem Home-Bildschirm hinzu. Und schon steht es da unten. Tada! Die letzte App, die ich euch vorstellen möchte, ist Know-Them-Pro, beziehungsweise für Android gibt es auch so eine ähnliche App, die heißt Jiffey. Und zwar ist es eine Time-Tracking-App. Denn wie ihr wisst, mache ich Time-Tracking. Das heißt, ich tracke meine Zeit. Und das Ganze sieht so aus. Das ist hier mein Time-Tracker. Und ich habe hier die bestimmten Kategorien in meinem Leben. Und dann kann ich die einfach auswählen. Und dann läuft irgendwie sozusagen ein Timer, was ich so mache. Und am Ende der Woche gucke ich das Ganze durch. Denn ich habe dann hier meine Analyse. Und ich kann dann gucken, was ich wann gemacht habe. Und wie viel Zeit ich mir verbracht habe. Und ich finde es einfach cool, weil ich gucken kann. Oh Gott, meine Nachbarn stehen ja. Und ich stehe hier so richtig über Ende von meiner Kamera. Aber egal. Und ich kann dann einfach gucken, wo ich vielleicht ein bisschen weniger Zeit eigentlich hätte rein investieren. Oder wo ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit rein investieren müsste und so weiter. Und kann einfach gucken, wie ich meine Zeit verbringe. Was ich gut finde, was ich schlecht finde. Oder einfach generell auch Spaß gucken, was ziemlich cool ist. Und manchmal sind da wirklich schockierende Ergebnisse dabei. Also sehr spannend. Und das war es auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch vielleicht ein bisschen geholfen und einige Apps vorgestellt, die euch jetzt in Zukunft helfen werden. Falls du noch eine coole App hast, die ich noch nicht erwähnt habe, kannst du diese auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und dann finden wir bestimmt noch mehr Apps, die uns allen helfen können. Ansonsten könnten dich auch noch diese Videos hier interessieren. Viel Spaß beim Angucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon sehr bald wieder. Tschüss, habt noch einen schönen Tag.